Willkommen zurück zu Altersack. Zockt Soma. Ja, wir haben uns ja hier schon ein wenig umgeschaut. Wir müssen die Arche finden, um sie dann bei Vieh, äh, ja, mit der Kanone in den Weltraum zu donnern. Schauen wir doch mal hier hin. Eine Leiter. Hier hatte ich mich ja zuerst gesträubt, hineinzugehen. Also, bevor wir eine Leiter aufsteigen, bevor wir die Leiter rauffallen, schauen wir uns doch erstmal hier um. Nicht wahr? Aha, wir haben sogar eine Transportlinie. Das ist doch schon mal was. Aha. Der Fußweg wird uns auch beschrieben. Äh, äh. Äh, 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 gut. Was haben wir hier? Äh, 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 vor Einschlagnotizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden, Funkverbindung verloren. 17. Januar. Kommunikation wiederhergestellt. Umikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. 3. April. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugplattform nicht einholen. 11. April. Besuch von SSI Wolchek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zweimonatlicher Kontrollen bis zur hundertprozentigen Wiederherstellung der Kommunikation. In Klammern Luma. 13. September. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. 15. September. Sind von Monstern umgeben. Ach ne. Sind von Monstern umgehen ohne Funk. Wir sind im Arsch. Ich geh mal davon aus, das sind Monster umgeben ohne Funk. Wir sind im Arsch. Okay. Wann war das? Wann war das? Wann war das? 15. September. Ja, da steht ja auch Swarmed by Monsters. Also, wir sind von Monstern umgeben. Gut. Wahnsinnig mein Fehler. Entschuldigung. 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 Tut mir leid. So, rüber damit. Weg. Du machst hier nur Action. Und haben wir denn hier Übertragung. Zack. Ui, doch meine Güte. Ui, dann haben wir doch... Ach so. Hi, hi. Gut. Offline. 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 Selbst Omikron ist offline. Fies. Lissabon existiert gar nicht mehr. Und Hedis, Sedis, wie auch immer. Ähm, geht auch nicht. Lox. Omikron, Herber, Herber, Herber. Ähm, Siglowski. Omikron, Herber. Yoshida, Herber. Okay. Zweite, vierte. Dreizehn. Ähm. Da. Nee. Das war der dritte. Okay. Okay. Dreizehn. Wie komme ich denn auf dreizehn? Ne. Ach so. Türverriegelung. Uns wird wieder geholfen. Das ist ja der Hammer. Das ist ja mal wieder der Hammer. Das ist echt wie bei Pony Island. Damit wäre die Tür offen. Okay. Äh, Trinkspiel. Ha, 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 ha. Welche Tür habe ich denn überhaupt geöffnet? Ach so, die Leiter sind immer runtergekommen, ne? Ja, genau. John Ross, ne? Genau. Okay. Ich mag diese Geräusche nicht. Hat sich hier was bewegt? Ist hier wer? Ne, danke. Ich hab schon gegessen. Okay. Dann, äh, geh ich wieder. Ja, den Buddha. Bauch streicheln. Gut. So. Wieder mal grabbel, grabbel, grabbel. Aber nichts zum Interagieren. Die Musik verrät was anderes. The evil genius, das böse Genie. René, das Kautz. Ja. Und Französisch ist noch schlechter, als mein Englisch. Aber von daher, lass ich das direkt mal bleiben. Gut. Was haben wir hier? Äh, irgendwelche mathematischen Formeln. Gleichung. Summe von x gleich efter der, äh, wie auch immer. Gut. Äh. Das sieht so aus, wie so ein Probenbehälter für dieses Struktur-Gel. Ja gut, Schuh brauchen wir nicht. Einen neuen Overroll brauchen wir auch nicht. Würden wir jetzt eh nicht reinpassen. Oh, das ist ein Oddsmannigen. Ich sehe es jetzt schon. Ich gucke jetzt mal nicht dahin. So. Äh. Hier können wir nichts anschauen. Aber das ist ja wohl Herz aller Süßes. Oder? Yo, yo, yo. I'm the Professor. Ah, cool. Oh. Äh. Falsche Taste. Guck mal her, Kollege. Okay. Ui, 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 ui. Wieder mal ein Patch. Was haben wir denn da? Tagebuch. 13.9.21.03 Ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Täterleuten angeordnete Evakuierung war ein Segen, eine Ausrede, Alpha zu verlassen und der Vau, den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der Vau bereitgestellte Monster über uns herein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten in Richtung von Tau zurückziehen. Äh, mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen. Äh, Glaser, Kowski, Götze und ich überlebten. Orklair ist in der Krankenstation, aber es sieht nicht gut aus. Okay. Götze, Götze, Götze rannte los, um in der Beobachtungsstation nach Esswaren zu suchen. Nach draußen zu gehen ist mehr als nur gefährlich, eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gab. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben, um zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. Am 20.12.21.03. Heute, nee, Leute vom Plateau sind gekommen. Es handelt sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Täter, die etwas mit der Omega-Weltraum-Sonde, ach, Weltraumkanone, in den Weltraum schießen. Wollen. Das sie Arche nennen. Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Gehirnscans vom Paters II-Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie liebenswert. Wir ließen uns alle scannen, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. 26.12. Einige der Ingenieure kehrten von Fied zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen. Bis auf eine äußerst wichtige Tatsache. Sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Archesache auf den Grund zu gehen, aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugplattform für den nächsten Tag eingeplant. Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugplattform fahren müssen, um Omikron von den Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren Glasser und ich in der Lage, die Mission zu übernehmen. Endlich werde ich Dahl und Serang von der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können. Hier läuft doch einer durch die Gegend. Oh. Ähm, das Verfahren vereinfacht und ihr Protokoll angepasst? Naja gut, also wenn das Strukturgel eigentlich die Wow ist oder das Nervenzentrum oder die Nerven oder die Nervenbahnen der Wow. Ja, wer weiß. Wachstum, Wachstum, Wachstum. The Heart of Wow has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. Ja gut, ähm, irgendwie denke ich mal, dass alles Denkende nach einer Manifestierung sucht. Naja gut, Huhn, Ei, Huhn, Ei, Ei, Huhn, das ist immer eine gute Frage, gute Frage, gute Frage. Aber die Wow muss sich ausbreiten, sonst platzt doch ihr Gehirn. Die Wow ist nach jeder Maschine, jeder Lebensform, um zu manipulieren, um zu kontrollieren. Es versucht, um zu helfen, zu retten, zu retten, von all das, wie die Protokolle braucht. Aber wirklich, was ist gut genug? Wo ist die Linie für was ist, was ist, was ist, was nicht? Was Walking Korpses tun? Was ein Grupp von Maschinen, denkst, dass sie Menschen sein, wäre acceptable? We can't trust the machine to know, to understand, what it means to be. We have to terminate the Wow-Project. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Naja, nun gut, ähm, meine Einstellung kennt ihr, ich, ähm, betrachte die Wow jetzt nicht unbedingt als Bedrohung, auch wenn sie eine Bedrohung darstellt, zur Zeit. Weil sie einfach kein Konzept hat. Äh, ich ziehe das, ähm, Doktor-Who-Konzept am, ähm, am liebsten vor, so von wegen, hey, sag mir erstmal, wer du bist, sag mir deinen Namen, welche Absichten hast du, können wir reden? Und nicht, ähm, wir müssen die vernichten. Oh, hui. Kommt schon mal vor, dass man Kacke baut. Was auch immer das wieder bedeutet. Das ist natürlich klar, das hat mit den, ähm, Fischlis zu tun. Das hatten wir ja schon im Computer gesehen, aber wie gesagt, ohne Legende sind solche Grafen einfach, äh, unbrauchbar. Ah, Aion, Aion. Vol. 9 Of the Collected Works of C. C. Young. Psychologie. C. Young. Freud. Omega Space Gun. Baukor. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen höchstwahrscheinlich zum Herzen der Bau. Hm. Das Datum da oben sagt mir gar nichts. Ganz ehrlich. Was ist das? Was sehen wir hier? Und was bedeutet 12%? Mal nochmal 333. 34. 34. 1, 2, 4, 5, 4, 12. 1. Na gut, ich, äh, ich glaube, es geht hier weiter. 21, 16. Huh? Vielleicht auch nicht. Ah. Okay. Hier sieht man nur ein kleines Stück vom Glück. 12% Dann geht es da richtig ab Hier wird es immer mehr Verändert schon komplett die Form Das wird wohl das letzte sein Und was wird da immer markiert? Da Sehr interessant Und beängstigend Ja, das ist doch so ein Hellspinn-Nuckel Über den wir Andauernd von der WoW aufgeladen werden Und natürlich auch Dadurch dann unseren Standort preisgeben Das ist auch so eine Sache, die ich nicht so toll finde Aber was wollen wir machen Wenn es das einzige ist, das uns Leben spendet Gut, was war hier so wichtig in dem Raum? Eigentlich nichts Außer ein bisschen zur Geschichte Dieser Station Ja, da ist Familie Frosch in meinem Hals Und die muss jetzt gleich erstmal gesänftigt werden Hier waren nur die beiden Okay, boah Ganz böse Ranticket Hier war nur er Oder sie Überall Webcams Nahrungsmittel Gespielt Ich meine, irgendwie mussten sie ja die Zeit rumkriegen Ohne wahnsinnig zu werden Ja, ich räume hier gerade auf Freunde Also, ne Okay Ich bin echt ein bisschen Wirklich so ein klein wenig So ein ganz kleines bisschen Verwirrt Nur ganz wenig Gut, hier dürfen wir ja noch nicht Hier ist jemand drin? Wir sind aber nicht die Wow Wer ist denn da noch am Leben? Wobei wir Ja mittlerweile den Begriff Leben Ein wenig weiterfassen müssen Gut, hier haben wir ja nur den Zugang an Zu ihm bekommen Wir wären ja dann hier quasi drin gewesen Und haben diesen Raum geöffnet Mit Hilfe von Ja Das ist die große Frage Krankenstation umgesetzt Und aufgeschlossen Achso Hier wäre die Leiter Verschlossen Aufgeschlossen Achso Okay Oh, Trinkspiel Ähm Das heißt also jetzt noch einmal zurück Und dann kämen wir dort oben rein Den Dive-Room mache ich jetzt Ne, lass ich auf Lass ich auf Lass ich einfach mal auf Mann, oh Mann, oh Mann Wir sind Wir sind quasi Kurz davor Die Arche zu finden Da ist noch wer Du Du bist Differenz Yep Ich bin Differenz Kann ich dir mit nichts helfen? Äh Bist du mensch? Sarah Lindwall Spannende Upsalon Die Ruins Lamda Die Abandone Delta Theta? You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos II. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Yeah. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Fi. Launch it into space. That was the plan alright. I've been guarding it ever since we brought it back to Tao. I just couldn't bring myself to let go. I'll tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come I would have cleaned this place up a little bit. At least a little bit of humor. Are you serious about me killing you? No. I'd love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Simon. This fucking sucks. I don't want to live like this. I'm glad you came by. Good to get this over with. I think I'm the last one. It's crazy. It's crazy. It's crazy. I think I'm the last one. It's crazy. And I'm the last. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark but you're the real deal. Thanks. Das ist wahrscheinlich das beste Kompliment, das ich noch gemacht habe. Aber die Wahrheit ist, dass das Ark alles, was wir haben. Wir müssen das zweite Best. Du weißt? Wow, also jetzt ist es ein Pest und Cholera wählen. Nee, ich, 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 äh, muss jetzt erstmal so ein bisschen hier rumgucken. Aber wie krass, wenn ich gewusst hätte, dass du vorbeikommst, hätte ich noch ein wenig aufgeräumt. Hmm. Japanischer Garten, oder was? Ich frage mich, ob wir eventuell auch mal aktuelle Bilder der Erdoberfläche sehen. Na? Ich kann mich da hinlegen? Oder hinsetzen? Das ist vielleicht eine gute Sache. Ihr Lieben, ich brauche jetzt erstmal eine Verschnaufpause. Also das war definitiv eine Nummer zu hart für mich. Ich bin ja jetzt hier hingehockt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Euer John D. Full.